Willkommen zu einer neuen Folge von, äh, nein, der ersten Folge von Jünger und Naiva. Ich bin Tina Jünger und ich darf euch meinen Gesprächspartner vorstellen. Zauselig. Zauselig, ich bin Zauselig. Hallo, ich bin Zauselig. Ja, ähm, okay. Ich bin Zauselig. Ich denke, heute nennen wir unsere Show einfach Jünger Zauselig. Zauselig, das ist gut. Zauselig ist gut, ja. Manche unserer Zuschauer kennen dich ja noch gar nicht. Was bist du eigentlich? Äh, ein Zausel. Ja, ähm, ich dachte, du bist ein Clown. Warum? Ich bin ein Zausel. Ja, aber du hast da so... Ach so, ich hab mich extra hübsch gemacht, guck, für das Interview. Ah. Guck, ist hübsch, oder? Sehr hübsch. Äh, und du machst Kindergeburtstage? Nee, Zauselpartys. Zauselpartys, okay. Okay, ähm, zu Kindergeburtstagen? Eigentlich egal wann. Man kann immer feiern. Ach so, also gehst du auch zu anderen Partys? Ja. Auf Tauselpartys im Kindergarten, in die Schule, oder einfach so im Wald. Okay. Ach so. Wollte es zeigen. Okay, ähm, was machst du da jetzt genau? Oh, opala. Entschuldigung. Tut mir leid. Ach so, du bist Ballonkünstler. Ja. Nee. Ein Zausel. Ja, ich weiß. Ich meinte wegen, wegen dem, wegen dem Ballon. Ich wollte Gitarre spielen. Einen Ballon? Ja. Hm, okay. Und darauf willst du, darauf willst du Musik machen? Ja, Zauselmusik. Hm, okay. Ich zeig dir, warte. Ja, die hat sie. Okay. Und da müsstest du jetzt Musik machen, oder was? Ja, Zauselmusik. Oh, okay. Oh, okay. Pass auf. Ich mach dir einen Jingle für die Show. Jung und zauselig. Jung und zauselig. Jung und zauselig. Aber jetzt nochmal zu den Partys. Zauselparty. Ja. Ähm, was ist das? Und was, was machst du da? Jung und zauselig. Jung und zauselig. Ja, ich wollte unseren Zuschauern eigentlich zeigen, was genau ein Zausel ist. Oh, das ist ganz einfach. Also, ein Zausel ist ein Zausel. Aber, weil es nur einen einzigen Zausel auf der Welt gibt, bin ich einfach ein Zausel. Achso, okay. Okay, möchtest du unseren Zuschauern vielleicht da noch was sagen oder zeigen? Au, ja, au, ja, au, ja, au, ja. Was machst du da jetzt? Genau. Klasse. Ähm, was genau machst du da? Ich zeige was. Und was sind das für Sachen? Schauselsachen. Ähm. Achso, du nimmst Musikinstrumente mit. Schauselinstrumente. Auf die Schauselpartys. Achso, also macht ihr Musik auf den Partys? Auf den Schauselpartys, ja. Okay. Das hat uns schon mal einen guten Einblick ermöglicht. Ähm, soweit erstmal mit Schausel. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, bald kommt eine neue Folge von Jünger und Naive auf unserem Kanal. Ähm, ich verabschiede mich und denkt ans Abonnieren, Liken und die Glocke nicht vergessen. Das war Jung, 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 Jung und Schausel. Nee, das war voll der gute Jingle. Ja. 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 Ja.